Reichtum, Macht und Ruhm! Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Eiterbeule, der König der Let's Player. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte... Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch! Irgendwo hab ich den größten Schatz der Welt versteckt! Dieser Schatz ist sein Skill, und er liegt irgendwo auf dem Pausenhof. Damit brach das große Piraten-Zeitalter an. Immer den Äpfel hinterher! Eine Legende auf der Spur! Führt deinen Weg durch übers Meer! Oh! Alte! 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 Finde den größten Schatz der Welt! Du hast hart dafür trainiert! Hier gibt es nichts mehr, was dich hat! Lass dich von den Äpfeln führen! Deine Freunde werden dich auf diesem Weg begleiten! Uhhh! Ohhhh! O!!!! Senc Rhucks无وا! Er got penetremin! Lass deinen Träumen hinterher, hinterher Wirben treib dich hinaus das Meer Hier gibt es nicht mehr, wo sich hin Finde den größten Schatz der Welt!